So Leute, willkommen bei German Nazi Playground. Ich fahre jetzt hier nochmal den X-Maxx aus dem vorigen Video, den schwarzen Film. Didi wird seit XRT. Ich habe mich festgestellt, dass der X-Maxx auf 6S unterwegs ist, um Akkus leer zu fahren. Deswegen war der auch vielleicht ein bisschen schwach Das Geräusch kommt von der Holy Stone. Habe ich sie überhaupt drauf? Ich sieh's nicht. Müsste drauf sein. Deswegen auch hier ein paar Luftaufnahmen und die Sprünge werden wir auch in Luftaufnahmen sehen. Wir wollen nämlich gucken, der X-Maxx gehört zum Freund von uns und der ist noch Fahranfänger. Und ja, machen wir jetzt mal ein bisschen Sprungtraining und das halten wir mal fest. Da kommt Didi. Und ich habe hier übelstes Training. Auf einer Hand hier das, hat die schwere Kamera. Dieser XRT ist natürlich heftigst getunt. Los Didi, spring mal! Du sollst springen! Spring mal! Ja! Jetzt hat er Dampf! Jetzt hat er Dampf! Alter! Und gleich wieder hoch! So, jetzt kommt der X-Maxx! Das ist erstmal ein Berkemeyer gewesen. Früh vorbei gefahren. Könnten wir breitere aufstellen? Das wäre zu einfach dann. Und mehr Geschwindigkeit! Und mehr Geschwindigkeit! Wie? Gut! Gib ihn, zeig mal wie das geht. Okay. sauber oh der knattert so leute der ist völlig urmutter wie man sehen kann und hat sich den out drive weggerissen nach vorne seht ihr dass er klappern das ist natürlich mies das ist kein vieles sein und vom zon abgeprallt jetzt ist auf jeden fall was im arsch ja wir haben eben schon vermutet hauptsache daran ritzel und jetzt ist auf jeden fall irgendwas zahnlos da oben ob das ein ritzel oder beides ist mal gucken wenn wir noch reinschauen gleich seht ihr das noch ansonsten ist auch alles hinüber da kommt noch der torsten und ja das war kurz aber ich wollte auch noch ein bisschen testen ein paar sind ja drauf und wir fliegen noch mal jetzt hin würde ich sagen zum x max kann sie mit der drohne runter holen und 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 so wir gucken nochmal nach leute und 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 das ja gar nicht die karte ist das war's gut leute bei fürs zuschauen und dann was so nix